mit wem kämpfen wir jetzt? wahrscheinlich mit rumlaufenden piraten jetzt irgendwo mal aufkreuzen können wir hier vielleicht die voodoo mal fragen hey ich bin zurück und ich bin bereit wir müssen mehr über die Zukunft wissen ich glaube niemand ist hier tja dann wohl nicht tja wo finden wir jetzt? oh ja da zum Beispiel Kader verpennt wofür wir Leute die mit uns kämpfen wollen war die Frage wofür wir können wir ihm hier ähm Mist zu spät das scheint nicht zu funktionieren das 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 bringt nichts ich weiß aber wie 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 können wir Leute herausfordern vielleicht hier im Gefängnis das 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 ist das also ich würde schon etwas stehlen ich habe meine Augen auf dich, weasel-boy, nicht etwas probieren ok ich sollte es wissen, dass es dich wieder wäre Okay, mit ihm können wir auch nicht kämpfen. Ich habe gesagt, keine Pester den Rat. Ich werde dich nicht wieder warnen. Lass den Rat alleine. Hey Mann, Frank, mach ihn verletzt. Oh, jetzt, guckst du was. Ich dachte, wir fuhren uns jetzt raus. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich würde eher sagen hier. Wenn wir ihn zum kämpfen finden, dann hier. Vielleicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja. Oder auch nicht. Vielleicht wirklich da auf der Map. Vielleicht können wir da was erreichen. Wenn wir dann zum Kampf herausfordern. Ja. Einen von denen vielleicht. Ja. Ja. Sehr schön. So wurde Swap Battle erfunden. Okay. 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 Das ist nicht gut. Ich habe gehört, du warst ein schmerzender Schneck. Und jetzt bitte. Nicht schön. Nicht Morphan, ich habe nicht mehr genügend. Aber ich habe mich rechtinho. Ich habe es gemacht. Das ist nicht gut. Ist es nicht gut? Ich habe es nicht geflogen? Ich bin gut. Ich habe es nicht geflogen? Ich habe es nicht geflogen. Nein, nicht so das ist. Das ist wie ein blabberzender. Ah, ok. Jetzt haben wir die Gelernt. Ok, sehr gut. Zuerst wäre es besser zu wagen, wie ein Featherduster. Zuerst werde ich mein Schwert wie ein Shish-Kabab benutzen. Zuerst wäre es besser zu wagen, wie ein Featherduster. Mike, du wirst gewinnen! So, da kommt einer. Und er geht einen anderen Weg. Okay, mit ihm vielleicht. Das ist sehr schön. Wir müssen über Schimpfungen lernen. Das ist sehr gut. Mein Handwerker wird dein Blut entfernt. Ich schiebe. Ich schiebe. Du machst mich nicht so gut. Ich schiebe. Tja. Wie möglich. Du kämpfst wie eine Kau. Woher habe ich meine Schmerz? Wir müssen jetzt ein paar Mal von ihren. Wir müssen solche neue Beleidigungen ändern. Ja. Oh, der war gut. Ich bin kein Problem. Ich habe mir die Blut erfrischt. Und ich werde sie niemals ausmachen. Mhm. wir müssen ihn verlieren wir müssen ihn noch ein bisschen kämpfen okay Okay. Ah, sehr schön. Sie kommt dann. Wir werden dann. Okay, das war aber nicht so gut. Noch ein bisschen. Ich bin nicht weg, oder ich werde meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ich habe mit apen mehr Politen als Sie. Oh, ja? Ähm, ja. Okay. Okay. Too bad, no one's ever heard of you at all. My handkerchief will warp up your blood. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? Okay. Tja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was gesammelt. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Beim Haus. Wir haben jetzt ein paar Beleidigungen. Können wir noch nutzen. Okay. Tja. There's no answer. Okay. Ich muss noch ein Beleidigungen. Gewinnen. Wie du meinst, Spiel. Ich muss noch ein Beleidigungen. Gewinnen. Wie du meinst, Spiel. Wie du meinst, Spiel. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Soon, you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh, im Rubber. You are glue. My handkerchief will wipe up your blood. Oh, im Rubber. You are glue. Das war ja schlecht. Ich will das nicht gewinnen. Ich brauch. Nöwe Sachen. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. I give up. You win. There's no guts to water. Hey, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I got this scar on my face during a mighty struggle. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. I've spoken with apes more polite than you. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable. Okay, that's had we already. There are no words for how disgusting you are. Too bad no one's ever heard of you at all. This is the end for you, you gutter crawling, Kerr. You, your hemorrhoids are flaring up again, eh? The same words. Ayubuf, you win! I'm here. You got to get out of the way. I got to get out of the way. Oh, my name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. The end for you, you gutter crawling, Kerr. Und ich habe einen kleinen Tipp für dich, Kinder. Ich habe mal eine Antwort. Ich habe mal ein Küche, der größer als du war. Ähm, wo war das mit Apfen? So? So? Noch ein bisschen kämpfen. Oh, okay, ja. Ich muss noch auf dem Weg empfangen. Okay. Okay. Ich habe diesen Schmerz auf meine Gesichter während einer riesigen Zeit. Das ist ein Schmerz. Deine Hemorrhoids flieren wieder, oder? Oh, ja. Okay. Okay. Das ist der Hinweis. Das ist gut genug, um den Schmerz da zu besiegen. Let's go. Dann gehen wir mal. Okay. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das hat uns vorher nicht. Der Schwertmeister hat uns vorher abgelehnt. Jetzt können wir ja. Und jetzt fahren wir nochmal den Gemischwarenhändler. Jetzt wird uns der Schwertmeister akzeptieren. So. Auf hin zum Gemischwarenhändler. Dann erfahren wir. Dann erfahren wir den Standort des Schwertmeisters. Dann kämpfen wir gegen Schwertmeister und haben die zweite Mission erfüllt. sehr schön. Na dann. 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 Irgendwas. Okay, warten wir mal bis er wieder kommt. Wir haben noch genug. Ich dachte wir können jetzt mit ihm. Okay, warten wir mal. Hm. Ringbell für Service. Tja, warten wir jetzt bis er wieder zurück ist oder was? Na dann. Ich warte. Ich warte. Ich weiß nicht, wie sieht es jetzt aus. Ich habe ihn gelang. Ich habe ihn gelang. Ich kann das gleiche. Ich kann das gleiche. Ich habe ihn gelang, dass er den Rekke nicht verbreitert. Ich weiß nicht. Hm. Okay, wir müssen im Schwert. als Meister finden, das haben wir getan, anu, 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 an Hmm Vielleicht müssen wir ihn mal folgen. Das sieht gut aus. Wir folgen ihm einfach zum Schwertmeister. Das ist eine gute Idee. Da geht er lang. Okay, haben wir ihn jetzt verloren oder was? Das wird sein. Hier ist der Schwertmeister. Hm. Okay, wir haben ihn verloren. Das scheint schon der richtige Weg zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.